Hallo ihr Lieben, ich bin gerade beim Drehen und habe vergessen, was anzukündigen. Eigentlich wollte ich das jetzt nicht als extra Video machen, weil das eigentlich schwachsinnig ist, jetzt wegen diesen 20 Sekunden extra Video zu drehen, aber egal. Ich wollte euch nur sagen, dass ihr ab morgen, ab Donnerstag, über das Osterwochenende, jeden Tag ein Video von mir bekommt. Das heißt, wir fangen Donnerstag an und hören Dienstag mit dem regulären Video wieder auf und machen dann danach die Woche Donnerstag, Sonntag ganz normal weiter. Aber ich dachte mir, ich wollte Ostern gerne irgendwas machen und mir ist nichts eingefallen. Ich bin total unkreativ im Moment und mir ist kein Osterspecial irgendwas eingefallen. Und deswegen dachte ich mir, machen wir das halt so, dass ihr jeden Tag ein Video von mir bekommt. Das ist jetzt kein Video, was immer Ostern als Thema hat. Das sind ganz normale Videos. Und ja, aber ich dachte mir, ihr habt vielleicht Zeit und ich habe Zeit und deswegen machen wir jetzt jeden Tag ein Video am Osterwochenende und mehr wollte ich auch an dieser Stelle eigentlich gar nicht sagen. Das soll zu meiner kleinen Mini-Ankündigung schon gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ihr Milo hört, der ist gerade. Ich glaube, den kann man nicht überhören. Ja, auf jeden Fall bin ich gerade am Drehen und habe das eben in dem Video vergessen zu erwähnen. Und deswegen machen wir das jetzt doch auf diesen Weg in einem Extra-Video. Und mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen, außer, dass ich euch allen schon mal ein wunderschönes Osterwochenende wünsche. Und ich hoffe, wir haben schönes Wetter und Sonnenschein und kein Schnee mehr und minus 10 Grad. Ich will das nicht mehr. Ich will jetzt Frühling und dann will ich Sommer. Verdammte Kacke. Und ja, also euch allen schöne Ostern. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die Videos. Und wir sehen uns ja dann quasi morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.